hallo herzlich willkommen zur folge minecraft leben ja wie ein bisschen ausgewaltig gemacht sieht man in unserem metade unsere sind fast voll wir haben unser eigenes grundstück von hier sind wir immer da diese türme bis im wald hat der walle gedauert deswegen was ausgemacht er hat so gefühlt fünf minuten gebraucht immer er das grundstück ist belegt dann meint er sehr in der sparen region ja dann habe ich mir so gedacht okay tschüss abfahrt ja jetzt sind wir hier gelandet und hier bauen wir jetzt unser grundstück auf so als erstes glaube ich zwar zwei kisten so da kommt jetzt rein äh was ah eine private chest zu euch eisen verkaufen eisen weiß ich nicht ich hab ne komm mal schon 11 im inventar also kannst du hellgrau wolle man kann das hier 0 1 m 10 0 1 oh was ist das denn die bis zu schätzen du bist du merkst du merkst du merkst du merkst es lässt schenzen 3 0 hey deine kiste ist gesperrt warte du auf meine kisten zugreifen moment dann muss ich alle kisten setzen probier mal ob du meine ich hab doch hier die s die sparen geht es übertragen gs kick gsd eine Ahnung müsste ich vielleicht nachher nach der Aufnahme nach oben irgendwie scheiße m darf halt weg m oh jetzt hab ich vergessen wie das heißt na toll 2 6 3 2 2 das war ein aber tragen jetzt hier sollte man so getötet hätte er für so 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 rr kurz als gedächtnis hat und er ist nicht mehr was du sagen er hat das ist ein Gedächtnis. Kann ich da drauf wenigstens? Nein, kannst du nicht. Was ist das für ein Dreck? Ich hoffe, dafür gibt es einen Command, ne? Gibt es safe? Gute Frage, weiß nicht. Mir auch nicht. Ja, gut, ne, das ist dann... Äh, staubiger Kost. 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 Staubiger Kost. 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 So, ähm... Nice. Brauchst du essen? Äh... Nö. Hab ich. So, ähm... Warte, hier können wir Slash Home setzen, dann können wir uns immer hier in die Reportieren. Slash Home. Spielen. 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 Ranался jetzt, so weh! Mh... Mal alles mal hier mal übertragen, was ich jetzt nicht brauche. Gehst du rechtsifikieren? Okay, ich geh links. ich wollte eigentlich gar nicht reingehen so wirklich ich wollte nur ganz kurz nicht gelernt zu fallen ich habe direkt abitur mit dem 1er durchschnitt abitur kostet 450.000 das finde ich eigentlich so übertrieben hey geht voll dann musst du durchgehend redstone finden ne wahrscheinlich könnte ich mir sogar noch vorstellen dass du beim voten übertrieben viel geld holen könntest ne ich denke einfach es geht mit dem job da musst du am anfang ist teuer wenn du bei der hauptschule zum beispiel anfängst mit dem job dann geht das schätze ich meine muss nicht so mega lange farmen halt immer noch ein bisschen lange ist ja ich hoffe es brenne scheiße Feuer und Flamme ja danke so hoch wir können uns das richtig gemütlich machen m m wir bauen wir euch ich baue dir ein schloss das in den Wolken geht äh 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 ja schon so gut wie ich singe m ähm die frage ist was wir bauen ich baue dir ein schloss ok nein sollen wir ähm oh n p p was kann ich da eigentlich machen b n 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 Und...